Hallo meine lieben Freunde, ich bin's wieder, euer Robin Hood. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, das freut mich. Grüße gehen raus und alle meine Abonnenten und natürlich eure neue Zuschauer. Ja, die dritte Folge Ultimate Fishing Simulator. Wir haben heute den 10.07.14 Uhr, 47 Uhr. Ja, die beiden ersten Folgen habe ich schon hochgeladen. Die erste und die zweite, die braucht ihr euch eigentlich gar nicht anschauen, weil da kamen wir nicht richtig vorwärts. Aber in der zweiten Folge auf jeden Fall. Und jetzt weiß ich ja auch, wie das ganze Spiel auch mit dem Controller läuft und so. Ja, machen wir mal so mit der Maus. Nein. Ja. So. Ich weiß jetzt nicht. Ach, wir haben zwei Erfahrungspunkte, ja genau. Einmal für Level 2 und für Level 3. So, die wird man auf Dauer alle freischalten können. Wir können natürlich das Boot, weil wir sind Level 3, da können wir mit dem Boot fahren. Ziemlich zu Anfang. Wir werden definitiv mehr Erfahrung nehmen. Ganz zu Anfang ist das sehr wichtig. Einmal den. Und das Boot. Ja, und da wollen wir jetzt mal sehen. Ja, Geld haben wir nichts mehr, weil wir haben jetzt die Lizenz für den Powell Lake für 300 Dollar gekauft. Und da steht ja auch schon das Boot. Da wollen wir mal sehen, ob wir gleich mit dem Boot fahren können. Ich habe mir das im Steam Sale gekauft. Der ist jetzt seit zwei Tagen vorbei. Für 16 Euro mit allen DLCs. So, ich glaube, da hinten steht das Boot. Kann man hier überall langlaufen. Das ist natürlich auch geil, ne? Händen ist ein dritten Weg hoch. Kann man da hochlaufen. Hier können wir außen nicht rum, ne? Oder? Doch. Das wäre ja auch geil, wenn man hier... Ach so, man kann auch schnell laufen. Wollen wir sehen, ob da eine Sperre ist oder ob wir da wirklich hochkommen. Ne. Springen kann er, glaube ich, nicht, ne? Ne, das wäre es ja noch gewesen. Aber man kann natürlich jetzt hier auch sein Glück. Ja, das machen wir auch einfach mal. So, das ist die Bremse. Und den hier weiß ich jetzt nicht. Aber den hat man meistens so. Ach, da ist gar kein Köder dran. Also mit der Marder hatte ich guten Erfolg. Testen wir einfach mal hier. Ob die Fische überhaupt sind, aber ich gehe mal davon aus. Ja, ich hatte immer in der ersten Folge den linken Button benutzt, aber man muss den linken Trigger nehmen. Das habe ich in der ersten Folge einfach nicht gepeilt. Aber das ist ja auch immer der Erststart. Hier sind gar keine Fische, ne? Oder ist das hier... Das ist ja schon tief hier, ne? Wir warten einfach mal kurz. Ihr könnt meine... Da kommt er. Der ist klein, den kriegen wir locker. Oh, oh, oh. Alter. Schwarzflecken. Sonnenbarsch, ne? Ja, genau. Ein schönes Tier. Hier kann man... Moment. Wo kann man ihn drehen? Hm. Wir haben, glaube ich, jetzt mehr Erfahrung, ne? Zwölf Dollar. Geld brauchen wir sowieso, aber wir nehmen Erfahrung. So. Also man sieht, man kann hier überall angeln. Große Areale. Da ist ein Boot. Wir wollen jetzt ja mit dem Boot mal rausfahren. Bin ja mal gespannt, wie weit man hier fahren kann. Nein, zu dem Boot geht's nicht. Vielleicht muss man auch eins kaufen, aber ich glaube nicht. Jawohl. Eh. Na gut, dann machen wir das mit Tastatur. R und B. Ah, geil. Hier links ist sogar das Echolot. Wo die Fische sind. Den Triggern geht's nicht. Mit dem linken Stick. Mit dem linken Stick. Power. Ich weiß nicht, ob man da auch wieder mit anlegen muss. So, da hinten ist natürlich nachher begrenzt. Wir fahren gleich. Wir gehen die Sonne. Wir drehen mal um. Oh, hier sind Fische. Das ist bloß die Frage. Das weiß ich ja mit dem Controller noch nicht. Wenn wir jetzt so, mit Steuerkreuz nach oben. Ich glaube hier ungefähr Wahnsinn, ne? Ach, da ist der Köder glaube ich nicht mehr dran, ne? Doch. Ach so. 0,7 über den Grund. Können wir stimmen? Ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, welchen Köder man hier benutzen sollte. Aber wir hatten ja schon ein Biss. Ich glaube hier werden wir nichts... Oh! Ah, leider ein Tick zu früh. Da schwimmt doch einer, ne? Genau da. Sind das kleine Fische? Ich glaube schon. Also ich glaube diese 0,7 Meter das ist die Tiefe, die wir eingestellt haben wie tief herunter geht. Da hatten wir 72 eingestellt. So, aber hier wird gleich noch eine anbeißen. Aber wir fahren dann nochmal zu einer Stelle wo mehr Fische sind. Nein! Ich habe schon wieder, weil ich zu lange den linken Button immer benutzt hatte. Das ist Abspulen. Neuer Rekord. Blauer Sonnenbarsch. Ja, aber wir kriegen die andere Fische. Schönes Tier. War zu klein, den lassen wir frei. So! Wie macht man das mit... Moment, das war... War das R? R war das. So. Ach, jetzt... Ne, so. Ich glaube, so groß ist das Areal jetzt auch nicht. Das geht da hinten noch weiter. So, hier, ne? Stehen bleiben. Moment. Das wir genau links und rechts überall welche haben. So. Steuerkreuz nach oben. Werden wir mal ordentlich raus. Bin weit. Ach, da ist kein Köder dran. Ich glaube, beim Biss... Aber der andere hat ja auch gebissen und da war die Male noch dran. Wir nehmen mal... Rot. So, und den schwimmen wir mal tiefer. 94. Ja, mir zeigt der auch 0,9 Meter an. Aber ich glaube, das Echolot hat nicht angezeigt, in welcher Höhe die Fische sind. Da schwimmt auf jeden Fall schon einer. Glaube ich. Bis jetzt hatten wir ja kleine Fische. Aber hier sind auch ganz schön große. Aber ich glaube, dafür muss man sehr tief gehen. Oder man muss schon anders angeln. Mit einem Drilling oder so, ne? Also, da kommt einer. Da kommt aber von ganz tief. Ja, die kriegen wir locker rein. Aber die bringen gar nichts. Also, das lohnt sich hier eigentlich auch nicht. 0 bringt da sowieso nichts. Dann nehmen wir natürlich die 3 Dollar. Überlegt gerade was. Wir gehen jetzt mal ein Ende tiefer. Ordentlich tiefer. 2 Meter. Ich glaube, wir haben nur wieder... Das Brot ist weg, ne? Nehmen wir eine Made. Ach, wir haben auch gar nicht mehr so viel Geld, ne? Da müssen wir aufpassen jetzt, glaube ich. 24 haben wir noch. Da müssen wir Kohle machen jetzt. Auf jeden Fall. Leveln brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. So, ich gehe aber ordentlich tiefer. Aber das reicht noch nicht. Wie tief das hier generell ist, weiß ich nicht. Steht nur uns wo, ne? Dann werden wir wohl weiterhin erstmal... Ich wollte ja nur das Bootfahren mal testen. Gehen wir wieder ins Erste Gebiet. Oder wir machen mal mit Eis angeln. Aber da brauchen wir den Bohrer. Den haben wir jetzt nicht freigeschaltet. So, kommt er. Ziehen wir erstmal die Oberfläche. Nehmen wir natürlich die Sets. Weil die brauchen wir für den Köder. Aber jetzt gehen wir wohl mal raus. Kann man jetzt schon das Gebiet ändern? Ach so. Da kann man sich drei Punkte aussuchen. Ach so. Da kann man hier hinten noch durchfahren. Und hier auch noch. Hier ist natürlich eine Grenze. Und da sind wir auch. Ja, ich glaube, das geht sogar noch weiter. Aber das testen wir jetzt nicht aus. Das werden wir auf Dauer sowieso merken. Verlassen. Da geht er. Ja. Das muss so sein. So. Dann gehen wir hier nämlich erstmal weg. Alles andere geht ja jetzt nicht, weil... Aber das ist hier optimal. Forellen sollte man hauptsächlich rausziehen. Aber das kann man ja auch nicht unbedingt selber bestimmen. Weil die geben am meisten Geld und Erfahrung. Aber jetzt gehen wir wirklich auch erstmal auf Geld. Und ich habe auch bei einem anderen YouTuber... Das ist ein echter Angler. Viele echte Angler spielen das dann auch mal. So. Dann haben wir einen neuen Köder. Dann nehmen wir die Fliege wieder. Obwohl ich hatte mit der Made eigentlich hier gute Erfolge. Er hat eine stärkere Schnur genommen. Dann können die auch nicht so schnell abreißen. Vor allem die größeren Brocken. Weil hier müssen wir natürlich jetzt wieder runter gehen. 72. Ja, hier sind immer Fische. Hier werden wir wohl noch ein bisschen längere Zeit verbringen. Anzahl der Spieler 3. Sind ja ein Multiplayer. Da oben links könnt ihr das sehen. Ah, jetzt habe ich einen Aufmerksam gemacht mit dem In- und Erzappel. Loslassen. Die sind nämlich hier... ...stark. Haben die Bremse jetzt ganz raus. Oh, oh, oh. Na, muss vorsichtig sein. Lassen wir ihn mal ein bisschen. Dann glaubt er, er ist stark. Und jetzt weiß er, dass er nicht stark ist. Oh. Lassen wir ihn noch mal ein bisschen. Irgendwann gibt er dann auf. Moralisch. Aber ich glaube, das ist ein großer Brocken. Jetzt haben wir ihn aber. Ja, neuer Rekord sogar. Wir nehmen aber das Geld. Ach, die Erfahrung haben wir auch bekommen. So, dann gehen wir jetzt immer auf Geld. Ich dachte, dann vielleicht nicht ganz so viel Erfahrung. So, die Made ist gut. So. Da werde ich viele Folgen mit euch machen. Und jetzt habe ich mir extra auch die komplette Edition geholt mit allen DLCs. Da gibt es natürlich auch andere Fische und alles. Hat aber locker auch über 100 Errungenschaften. Die Silbernen, die habe ich glaube ich noch nicht einen dran gehabt. Da so einen. Na? Ja, ne? Kommt der? Na? Kommt. Ne, will er nicht. Und jetzt dauert es ein bisschen länger. Jetzt sollten wir wieder zur Fliege zurückgehen. Was hat er gesagt? Die Made ist zu groß oder was? Da kommt er doch. Na, dann kriegen wir auch große Fische. So, ein XP, wenn man jetzt hier rauf geht. Guck mal auf die drei, wo der grüne Kreis ist. Oh. So. Der Köder ist wohl zu groß. Steht ja auch die Größe bei. Ach so. Regenbogenforellen, Bachforelle. Die hatten wir schon mal, die Cold Road Forelle. Die ist aber günstiger. So. Gehen wir mal ein bisschen weiter. Da hinten ist einer. Ein Spieler. Da, wo der grüne Punkt ist. Und da hinten ist auch einer, wo der rote Punkt ist. Laufen wir einfach mal zu dem Spieler hin. Weht sie. Stufe sieben. So. Ich glaube, das ist hier nicht so gut. Können wir noch mal ein bisschen einholen. Einholen. Das ist das Geile, dass man bei diesem Simulator unter Wasser gucken kann. Oh. Der kommt trotzdem noch, ne? Ja. Jawohl. Das ist ein großer. Oh. Erst mal lassen wir ihn wieder ein bisschen. Unten so schön rot ist er. Hat er. Hat er schon aufgegeben. Ach nicht ganz, aber. Jawohl. Boah. Bachsaibling. Errungenschaft. Der sieht ja unten so schön rot aus. Einen Moment. Dann machen wir noch mal eine Floppe. Eine Hülse. So. Wie viel Kohle gibt das? Sechs. Na gut. Jetzt wollen wir mal sehen, ob die Erfahrung auch steigt. Das ist natürlich nur ein XP, aber... Ja. Ist gestiegen. Dann kann man eigentlich immer aufs Geld gehen. So. Wieder eine neue Fliege. Also die passt ja für sich sehr gut. So. Wir gehen jetzt aber... Okay. Wir können auch mal hier so ein bisschen an den Rand gehen. Oh. Da unten ist schon ein großer. Wir ziehen einfach mal. Bis wir mal vielleicht einen sehen hier. Das geht natürlich im echten Angelleben nicht, ne? Weil wenn man auf realistisch spielt, kann man das hier auch nicht machen. Los. Ich will das ja machen. Weil das jetzt in dem Spiel so gut finde. Oh, 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 oh. Na zu Anfang machen sie noch Faxen. Jetzt nicht mehr. Das ist ein spezieller. Das sieht aber auch schön aus. Gemeiner Sonnenbosch. Hier steht ja bei, für was das ist. Was ist denn eine Erbse? Gabelwälz. Karpfen. Das passt nicht. Wir wollen ja die, ja, die Regenbogenforelle, die ist eigentlich optimal. Bachforelle, wir wollen eigentlich, die hatten wir auch schon, eine Stierforelle. Also die Fliege ist definitiv hier optimal. So, die wir auch schmeißen. Ach, ist abgehauen hier, wa? Da drüben ist der Grüne. Ähm, weisen wir mal hier raus. Man sieht es ja manchmal auch an den Luftblasen an der Oberfläche, ob da welche sind. Na, da ist schon mal einer. Ja. Und mal ein bisschen ein. Ich hab oben in Schweden auch geangelt, aber mit nem Schlauchboot, mit nem 5 PS Außenborder und dann hab ich immer geschleppt. Da kommt einer. Obwohl die Hechte eigentlich im Schiff sitzen. Das ist ne Forelle, ne? Erstmal ein bisschen Leine lassen. Oh, der hat immer noch ganz schön Power. Ja. Der wird uns ordentlich Punkt gegeben an die Kohle. Oh, oh, oh. So, jetzt hat er wohl fast aufgegeben. Ja. So. 32, das ist wunderbar. Und Erfahrung kriegen wir trotzdem. So, dann kann man eigentlich das immer nehmen. So, wieder eine Fliege. Wir können, also einen holen wir noch raus. Und dann gucken wir mal, was wir da einkaufen können. Und dann gucken wir mal, was wir da einkaufen können. Ich bin gespannt nachher, wie die ganzen anderen Maps und so hier gestaltet sind. Und da gibt's natürlich auch ganz viele verschiedene Fische. Na, kommt schon ein großer. Oh, das ist ein dicker Brocken. Oh, oh, oh. Vorsichtig. Oh, fast rot. Lassen wir noch mal laufen. Oh, oh, oh. Das ist ein richtig großer. Krass. Der gibt so schnell nicht auf. So, noch mal ein bisschen laufen lassen. So, jetzt haben wir ihn aber gleich. Neuer Rekord, das habe ich mir gedacht. Das hat man doch gleich an der Angel gemerkt. Wie gesagt, das Spiel heißt nicht umsonst Ultimate Fischlensimulator. Der ist auch Ultimate. So, wir kriegen beides. XP. Seht ihr. Und das Geld auch. So. Ja, also, wenn ich den noch mal finde, der das Let's Plate hat. Weil der hat Ahnung davon. Hm. Wir haben jetzt 54 nur. Na, stimmt. So, wir wollen nämlich eine neue Leine haben. Er hat Diesel genommen. Wir haben diese. Ausdauer 40. Die hat 90. Dichte 0,19 Millimeter. Die ist natürlich auch schon dicker. Und die hier. Na ja, aber da könnte man eigentlich... Die ist ganz schön stark. Stufe 2. Stufe 3. Fliegen. Fliegenschnüre müssen mit Fliegenrollen verwendet werden. Das ist wohl keine Fliegenrolle mehr. Fliege sinkende. Doch. Ist sie. Fliege sinkende. Da steht's ja. Und was ist das? Monofilament. Ja, ein echter Angler weiß, was das bedeutet. Also, ich würde sagen, er ist auf die hier gegangen. Ja. Aber wir gehen dann gleich auf die Gelbe. Da brauchen wir 162 Dollar. Gut. Dann mache ich eine längere Folge. Bis wir die Kohle haben. Mal die 20 oder so, was das mehr gekostet hat. Das ist ja nur ein Fisch. Er hat die rote genommen, aber will nämlich noch eine stärkere. Dann kann er eigentlich auch nicht mehr abreißen. Hier ist aber nichts los, ne? Hier nochmal ein bisschen rein. Da kommt er. Das ist natürlich jetzt nichts. Ja, wir müssen immer wieder. Okay, es sind nur zwei, aber... Oh, hier ist auch nicht was los. Ja, wir klingeln ja gerade das Telefon, aber... Ich habe ja einen Anrufbeantworter. Man kann mir schon vorstellen, wer das ist. Ja, wir müssen noch ein bisschen rein. Okay, wir müssen uns... Das ist richtig. Also, wir müssen uns... Ja, wir müssen uns nicht leicht. Das ist ja nicht. Das ist ja nicht. Wir müssen uns nicht mehr rein. Wir müssen uns aber auch nicht. Es ist ein Spezialfisch. Das ist eine Cutrotforelle. Aber eine kleine. In der Mitte hier. Das ist wieder so ein Gelber. Das sind glaube ich eine Forelle. Gutes Zeichen. Wo ein Fisch ist, ist nachher auch ein anderer. Na? Komm her. Lassen wir so ein bisschen zuppeln. Um die Aufmerksamkeit zu erregen. Da ist schon einer. Ein kleiner wieder. Ja, wenn man stärkere Sehne hat, dann wird das glaube ich auch nicht so schnell rot. Ich glaube, je stärker die Sehne ist, je weniger wird das rot. Rot ist wohl das Anzeichen, dass die Schnur reißen kann. So. Was gibt's denn für Forelle? Regenbogen. Ich glaub, die ist nicht so gut. Schwarzer Marlin. Nee, nee. Chi's Ball. Forelle steht glaube ich immer oben. diese doch hier unten regenwurm entweder eine fliege oder regenbomben regenbogenforelle bachforelle das nehmen wir mal das aber auch ganz schön das nur man regenwurm so dahinter sei ersehne der glaube ich auch die fische können das glaube ich riechen das weiß ich aber nicht genau und so ein regenwurm riecht bestimmt stärker als eine fliege doch größer aber auch teuer da kommt schon einer das ist wieder ein kleiner wir können natürlich abbrechen weil dann sonst dann ist das nämlich geldverschwendung man kann mit b naja immerhin haben wir vier bekommen dann nehmen wir wieder den regenwurm der kostet 6 stufe 3 18 kriegt man erst ab stufe 3 ja wir sind drei so wenn das nächste mal so ein kleiner kommt dann brechen wir das ab das ist nämlich der vorteil auf anfänger man weiß was da anbeißt wenn da so ein kleiner kommt brechen wir ab sonst ist das geldverschwendung ja 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 Na, das ist ein größerer. Wunderbar. Ein ganz schön großer, glaube ich. Ne, auf Null. Das ist ein großer. Ich glaube, das war genau richtig, dass wir den Regenwurm genommen haben. Der haut ab, du. Immer noch. Ein bisschen Bremse. 33. Aber das wird ein dicker. Bestimmt ein neuer Rekord. So, er ist schon schwach. Aber wir müssen immer noch aufpassen. Darf uns nicht durch die Lappen gehen. Ach, das ist eine Katros-Forelle, ja. Aber trotzdem neuer Rekord. Ein starker Fisch. Die haben unterschiedliche Stärken natürlich auch von der Power, ne. Hier machen wir nochmal ne Fluppe. Das gibt, ja, jeder Fisch ist natürlich auch unterschiedlich wertvoll. Aber es ist, glaube ich, gut, dass wir jetzt den Regenwurm genommen haben. Aber im Moment, Profil noch eine Hülse. So. Stolze Ähm, 36 Dollar. Ne. Was steht da 36 Dollar? Ist das unser Geld, das wir haben? Verkaufen, kriegen wir 19 Dollar. Wie viel Geld haben wir jetzt? Nur 36 Dollar? Alter. Das kann doch nicht, das kann doch nicht stimmen, oder? Hat das so viel Geld gekostet mit denen? Na, ihr habt's ja gesehen. So, dann würde ich sagen, nehmen wir noch einmal den Regenwurm. Und sonst? Moment. Ja, 6 Dollar, das gekostet. Ja, wir haben nicht mehr. Das ist ja ein Ding. Obwohl wir die alle verkauft haben. Oder war das die... Ja, kann auch sein, dass wir immer die Erfahrung genommen haben. Ich hab mich nämlich schon gewundert. Ähm. Dass wir das Geld einkassiert haben. Und dann trotzdem Erfahrung bekommen haben. Habe ich euch ja vorhin gesagt. Wir haben wohl die ganze Zeit auf Erfahrung gemacht. Und nicht... Kohle. Und das werden wir gleich beim nächsten Mal sehen. Da kann ich euch das besser erklären. So, aber wenn da ein Kleiner kommt, dann... ...lassen wir ihn definitiv nicht anbeißen. Weil das wäre ja zu schön, um wahr zu sein. Man kriegt Geld und dann immer noch Erfahrung. Da kommt er. Na? Das ist ein großer. Sehr groß. Null. So, und gleich kann ich... Der blaue muss ja das sein, was wir nehmen. Wir machen das jetzt mit der Maus. Dann weiß ich definitiv, welcher was hier ist. Ach so, man darf natürlich... Da hinten schwimmt er weg. Wegschwimmen, Erfahrung, ne? Ja. Aber dafür haben wir auch gleich Level 4. Das hat auch einen Vorteil. Beides ist wichtig. Erfahrung und Geld, aber... So. Was kostete die Fliege? Zwei. Da kann man drei Fische mitfangen. Bei dem anderen nur einen. Wir machen das nochmal mit der Fliege. Vielleicht... Ach nee, der stellt sich hier direkt vor uns hier. Der Schlingel. Da ist ein kleiner Fisch. Da rechts. Schwimmt er weg. Ja, da unten ist wieder so einer. Manche Sachen mache ich jetzt noch lieber mit der Maus als mit dem Controller. Das ist wegen der Kohle. Wird jetzt noch ganz schön lange dauern. Aber dann können wir mal Eisangeln machen. Das würde ich dann freischalten. Ja, da würde ich nämlich... Oh, das ist aber auch ein großer. Oh, das war rot. Oh, der ist stark. Das glaube ich wieder so ein Kassrot, oder wie die heißen. Ja, Kassros. Forelle. So. In der nächsten Folge gehen wir auf Geld. Jetzt holen wir uns nochmal die Erfahrung. Das müsste schon reichen für Level 4. Ja. Da schwimmt er weg. So. Jetzt gehen wir... Ach, das können wir auch hier schon machen. Fähigkeiten. Vergrößert die Kraft beim Auswurf. Plus 30%. Fähigkeit, Fische unter Wasser zu sehen. Jo, haben wir doch. Moment. Nochmal 10% Erfahrung. Wir wollen jetzt... Im Shop 10% weniger. Das ist jetzt noch nicht so wichtig. Wir wollen mal Eisfischen machen. Dafür brauchen wir den Bohrer. So. Gut, einen ziehen wir hier noch raus. Mit der Pflege. Da hinten liegt eine Blubberblase. Ja, genau da ungefähr war das. Dann machen wir am nächsten Mal... In der nächsten Folge machen wir Eisangeln. Bin mal gespannt. Kommt da schon einer. Da kommt einer. Kommt. Und zwar wackeln. Er kommt. Er kommt. So. Aber jetzt gehen wir mit der Maus. Ja, seht ihr das? So, jetzt haben wir die Kohle. Ähm, raus. So. Und da kommt... Ach, das müssen... Oh, da fällt mir was ein. Das geht noch gar nicht. Hä, wir brauchen nämlich 100 Dollar, um das erstmal überhaupt freizuschalten. Aber die Fische sind genau dasselbe. Das ist hier dasselbe. Und hier so. Gabelwels. Aber ich glaube, dafür reicht die Schnur nicht. Der reißt nachher ab. Und Gabelwels. Ja gut, meine lieben Freunde. Es gibt in dem Spiel viel zu tun. Das ist auch ein Zeitfresser. Aber Angeln ist generell ein Geduldsspiel. Und dauert lange. Hier geht es natürlich ein bisschen schneller. Als in Real Life. Ja. Ich werde... Vielleicht gleich noch eine nächste Folge mit euch machen. Ja. Gut, meine lieben Freunde. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Genauso wie ich. Hab Bock auf das Spiel. Ja. Dann bedanke ich mich wieder mal fürs Zuschauen. Und wünsche euch immer noch einen recht schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Euer Robin Hood. Bye, bye.